Hallo und willkommen zurück zu Hitman. Heute schauen wir uns mal Aufträge an, die die Community gemacht hat. Dann schauen wir uns die meistgespielten letzte Woche an. Ich will das allererste nehmen. Schauen wir dann, was auf uns zukommt. Hier. Sympathy for Wood. Nehmen wir mal die ICA-Einrichtung. Okay. Okay, geht mal drauf. Die Einsatzversprechung. Mr. Luca Wood, the most killed man in the world. Okay, dann müssen wir uns mal um Luca Wood kümmern. Alles klar. Keine wirklichen Attentatsbedingungen. Okay, aber hier gibt es einige Komplikationen, sehe ich gerade. Zum Beispiel 1 Minute 39. Darf es nur dauern? Es gibt nur einen Ausgang. Wird es nicht zieleliminiert? Ist die Mission gescheitert? Okay. Okay, wenn jemand ihn entdeckt, ist auch vorbei. Keine Kameras? Okay. Keine Körper gefunden werden. Ich muss ihn in der Truhe verstecken? Alles klar. Das ist schon wichtig. Ich darf nur meinen Anzug anziehen, mich nicht umziehen. Und wenn ich den Kopf verfehle, dann ist es auch gescheitert. Löcher werden gefunden. Und wenn ich sogar jemanden ruhig stelle, ist es vorbei. Okay, Silent Assassin Modus muss ich machen. Lautloser Killer. Und viel Spaß. Los geht's. Mr. Luca Wood. Okay, wir sind jetzt in der ICA-Einrichtung. Ich bin jetzt hier schon seit 1,5 Stunden an dieser Mission dran. Boah, das wird anstrengend. Ich habe jetzt hier den Mr. Wood. Den muss ich jetzt hier knacken. Was brauche ich für die Mission als erstes? Eine Münze. Werfen wir die mal dahin. Da ist Mr. Wood. Der soll ein bisschen sich angesprochen fühlen. Und uns Aufmerksamkeit geben. Gehen wir mal hier rüber. Die beiden Jungs, die da stehen, haben mich nichts gemerkt. Mr. Wood hat mich jetzt ein bisschen gemerkt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen an mich gelockt. Ich habe die nächste Münze geworfen, damit er wieder Aufmerksamkeit an sich zieht. Okay, nehmen wir mal die Waffe. Da läuft es her. Wenn ich die Waffe auf ihn ziehe und er auf mich zukommt, dann fühlt er sich angesprochen und will nochmal herkommen. Also komm her. So, hier ist die Waffe. Okay, komm, jetzt fühlt er sich angezogen. Gleich kommt dieser Balken hoffentlich mal. Okay, er hat jetzt noch mal so einen Kreis über den Kreis. Okay, der fühlt sich jetzt angesprochen. Und die beiden Jungs muss ich jetzt mal wegschicken. Ich schicke mir mal ein paar Münzen drüber. Okay, jetzt mit der Waffe. Jetzt ist er da hinten. Da ist hoffentlich keiner. Das haben wir vorhin schon gemacht. Okay, er ist tot. Keiner hat was gemerkt. Super. Ich habe noch ein bisschen Zeit. 53 Sekunden. Der Typ da hinten, der hat auch noch nichts gemerkt. Da ist eine Truhe. Okay, Mr. Wood. Sie können sich mal da drin ausruhen. Gute Nacht, Baby. Okay, jetzt weg mit uns. Keiner hat was gemerkt. Die sind immer noch beschäftigt mit den Münzen, die beiden Typen da. Okay, jetzt kann man wieder rüber gehen. Wo ist nochmal das Ding? Ich hab mal was. Okay, jetzt hier rüber. Alles klar, super. Okay, hier rüber. Lauf weg. Da hinten ist der Buzzer. Komm schon. 47, wir packen es. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen, ob hier noch jemand ist. Und jetzt den Buzzer betätigen. Klasse. Komm schon. Mach, 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 mach. Ja. Ja. Mission erfüllt. Boah. Eineinhalb Stunden hab ich dafür gebraucht. Mindestens abgeschlossene Herausforderungen. Da kommt ja einiges auf sich zu. Was ist denn da los? Warum ist da so viel? Ich hab noch gar nicht so viel gemacht. Okay. Krass. Luca Wood. Ich hab sie erledigt. Senior. Eliminiert. Lautloser Killer. Silent Assassin. Passt. Da gibt's nichts zum Meckern. Okay, das war's mit diesem Auftrag. Ich hab alles erfüllt. Alle Komplikationen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.